Und wir buddeln im Stollen direkt mal weiter. Weiter, weiter. Kann man hier unten eigentlich auch Gartenarbeit machen oder so? Ja, kannst hier einen unterirdischen Garten anlegen. Wir können ein bisschen Blumen ausreißen und die unten anbauen. Hm, Blümchen ausreißen. Jetzt hab ich die Fackel abgebaut, tatsächlich. Das ist ein Hobby, das machst du doch auch immer. Lass dir die Haare ausreißen. Blümchen ausreißen. Guck mal, ob hier noch irgendwas ist. Ich mach gleich wieder die Fackel rein. Wir haben ja auf jeden Fall eine sehr ägibige Kiesader gefunden. Ja, das ist die Gegend hier auf jeden Fall. Moment, das überwieg ich mal gerade kurz her. Da hast du das da hingepackt, dann packe ich die nächste Fackel mal da ein. Uh, da ist noch Feuerstein. Feuer, Stein und Eisen bricht, aber unsere Mine nicht. Geht, der gute alte Fred. So, ist die Frage, wollen wir jetzt erstmal weiter geradeaus oder wollen wir uns runter und langsam so einen Tunnel nach unten graben? Aua, irgendwas haut mich. Ach nee, ich hab Hunger. So, was ist das Essen? Oh mein Gott. Is was, Junge. Bin ja dabei. Ich hab ja schon bei Äpfeln die Figur gedrückt, das hat geholfen. So, ich nehm mal 5 schon mal raus. Bam, 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 bam. Und nochmal eins. Übermelden verhungern, steht vor allem in der Zeitung. Ich bin alte Rübsau bin ich vor allem. So, warte mal, das sind noch 4 Stück plus das. Kann ich rechnen, dann nehm ich noch 2 mit. So, sehr egal, der Rest ist dir. So, weiter geht's. Das waren 15 Aldus und 8. Ja, ich hab jetzt 7. So, dann machen wir hier oben nochmal die Felsen weg. Und den Dreck. Und dann müssen wir wieder tiefer graben, auf jeden Fall. Ganz schön erdig noch hier, oder der Walther? Ein leicht erdiger Büro. Ist hier noch... Leicht, leicht erdig im Abgang. Mit einer Nussknote. Huch. Hey. Über den Grund, dass er den gegraben. Ist die Frage, wollen wir jetzt nach unten und so spiralförmig nach unten graben? Hier so ne... Ne Treppe mäßig nach unten? Ja, so ne... Mitte ein großes Loch freilassen, so ungefähr. Und dann eine Spirale nach unten. Können wir gerne machen, warte mal ganz kurz. Ich werde dafür erstmal hier nochmal alles zubuddeln. Mit Pflasterstein. Also zubpflastern quasi. So, damit das hier da... Das ist dann quasi so. Soll ja dann auch richtig, ne? Wenn das die Moria wird, dann muss das ja auch richtig, ne? Nach unten gehen. Episch sein und so. Bis zur Badrock runter quasi. So, dann können wir hier... Mach ja auch noch kurz zu. Ne, ich dachte jetzt vielleicht, das auch noch weg. Und dann hier so fast quadratförmig. Ich wollte hier oben eigentlich noch doch ein bisschen wegmachen. Ich dachte jetzt für links und rechts noch ein bisschen breiter, sodass man quasi aus... Ja, ja, kann man gerne machen. Dann gehst du links und ich... Ah, es ist dunkel. Oh mein Gott. Ich habe doch Angst im Dunkeln. Ich baue hier nochmal ein Fäckelchen hin. Im Dunkeln ist doch gar nicht gut munkeln hier in diesem Spiel. Okay, wir machen hier also noch ein bisschen. Okay. Ich sehe schon, ich sehe schon. Zack, zack, weg damit. Katz. Ich habe in der Hoffnung, dass wir nebenbei noch ein paar Ressourcen finden. Ich muss mir gleich nochmal eine Eisenachse machen. Also Peak-Axe. Meine geht jetzt langsam vor Shit. Meine ist nach 50%. Hast du eine Anzeige dafür? Ja. Erst Anzeige, du nicht? Ne, wie geht denn sowas? Ähm, ja. So ungefähr? Mhm. Wie ungefähr? Ich weiß es nicht. Es war bei mir Default. Hm. Ich habe nur so Striche. Ist auch so ein Stricher. Manchmal, manchmal. Dann komme ich dann vorbei. Dann strich ich die. Boah, hier nochmal. Also das Essen ist fertig. Hast du aber schon was rausgenommen, glaube ich. Kann das sein? Ja, vier Stück habe ich mir schon rausgenommen. So, dann schmelze ich mal das Eisen. Und ich hau mal ganz kurz die Spinne da oben platt. Die geht auf den Sack. Dann kannst du ja auch noch ein Eisenschwert machen. Ich habe ja ein Eisenschwert, deswegen. Schön. Komm her du, Viech. Ja, da ist er. Ha, 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 ha. So, platt. Mal kurz ein Erdgerüst. Um hier hoch. Und zack. Ich werde hier oben mal ganz kurz aus Minenschächte. Das sind ja so eine Mischung aus Dings und Dings. Sagen wir mal hier mal so. Zack, zack. Ne, warte mal. Holz ist... Äh, was ist mehr Stein? Was ist mehr Holz? Was sieht besser aus? Mehr Holz oder mehr Stein? Äh, ha, ha. Ach, leck mich. So, das ist einfach Stein. Alles schon so. Äh, Mineneingang und so. So, graben wir nochmal dieses Erdgerüst weg. Zack, zack. Weg damit. Äh, und dann noch hier noch ein bisschen in die Breite. So. Jetzt haben wir hier so einen Minenschacht. Äh, eine Zweierbreite, ja. Mit der doppelten Breite. Dann machen wir hier noch das noch ein bisschen weg. Ja, das ist sowieso, äh, Blödsinn gewesen, was ich hier mach. Aber das ist ja normal, ich mach ja gerne Blödsinn. Ist die Frage, warum wir jetzt erstmal die Minenschacht fertig? Ich würd' sagen, wir jetzt bauen zwischendurch. Bauen wir mal draußen das Haus. Jetzt haben wir ja, glaub ich, irgendwann genug Steine. Hm, können wir gerne machen. Ich muss hier sowieso ein bisschen umarbeiten, wie ich grad seh. Wir brauchen ja Material, deswegen ist das schon ganz okay, sowas mal machen. Ja. Boah, ich hab, glaub ich, jetzt das halbe Inventory voll mit Clustersteinen. Oh, Kohle. Sehr schön. Mehr Kohle braucht das Land. Ein Kohleflöß ist meistens auch mehr. Meinst du mehr Pack? Kommen sie gleich in Dutzend. So. Ich glaub, das reicht noch nicht ganz. Ups. Ja, das ist auch nicht so gut hier. Werd' mal, erstmal noch neu. Groß ist vorkommen gleich hier, nice. Sehr schön. Dann machen wir's gleich richtig hier, wenn dann... Hab ja genug Clustersteine. So, zack, 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 zack. Beiß den Boden raus und mach einen schönen Boden und dann bauen wir so einen Keller und den Keller connecten wir nachher mit der Mine noch, würde ich sagen. Genau, so sieht's nämlich aus. Aber bei einem extra Minenschachteingang haben wir jetzt... Zwei doofe, ein Gedanke. Oh, noch mehr Kohle, ey, leck mich an die Füße. Aber ein Min... Ne, lass mal, das ist eklig. So, Minenschachteingang haben wir jetzt auch. Ich mach jetzt noch kurz unten eine Tür. Noch mehr Kohle. Hier ist alles voll Kohle. Das ist super, das brauchen wir ja. Du bist im Himmel. Kohle, Himmel. Ich brauch noch Eichenholz. Ich kann hier mal kurz raus was hacken. Weiß ja, früher hat man Himmel noch mit P geschrieben. Du sollst nicht meine... Naja, lass mir das. Warum steht denn hier ein Erd... Der Spruch ist so alt, der ist auf der Baustelle. So ein ewigem Gebrauch. So. Das sind Dinge, die ich nicht weiß. So, ich bin hier mal... Dinge, die du als Bauhandwerker weißt. Ich mach mal die Bäumchen weg, die hier so nerven. Alpbauer, der... Oh. Derka. Die Bäume verschwinden ja so mit der Zeit, ne? Glaub ich, wenn man sie kaputt macht. Äh, wenn du den Stamm weggaust, dann decayt das Zeug. Genau, sehr schön. Der Stamm ist einfach nur Bodenverbindung, richtig? Genau. Der muss aber komplett weg sein. Das heißt, wenn da noch ein Stück Holz drinne ist, bist du in die Krone. Und da... Manchmal hast du auch noch so Holz, das so quer geht. Mhm. Komm her, du Schwein. Danke für das Steak. Lecker, lecker. Lecker, schmecker, lecker. Vielleicht sollten wir noch ein bisschen Gras wegholzen. Dann hast du noch Chance, dass da Samen droppen. Und dann kannst du nachher noch Dingsfelder anlegen. Weizenwasser. Genau. Genau, Weizenfelder. Guck mal, da haben wir schon. Ich komm mal raus, jetzt hier mit der ganzen Kuhle, die ich gefunden habe. Hast du oben schon eine Werkbank hin platziert? Eine können wir hier unten lassen, das ist quasi die Minenwerkbank. Ne, das lass ich dir, weil ich werde weiter in der Mine dann arbeiten. Ich bin der Minenarbeiter dann. Ich wollte nur diese Bäumchen hier wegmachen. Der Superman in der Mine. Du darfst jetzt dich hier verlustieren. Ja, ich würde mich richtig aus... Ja, ich bin ja der Bauhandwerker hier. Ja, du bist ja auch. Ich werde hier quasi eine Tür hier hin bauen, dann werde ich hier einen Kiesweg in die Mine hin und dann hier und... Ja, das hört sich doch richtig nach dem Plan an. Oh mein Gott, das ist so gut. So, warte mal. So, ich mach mal eben... Ich brauche mal eine Axt aus Metal. So, ich mach mal zwei Türen. So. Weiß, was ich nochmal eben hier unten hinballer? Das will ich nicht... Ne, du sollst nichts in die Ecke setzen. Das ist ja eklig. Das ist ja widerlich. Gnadlpukst uns zu. Ach nee, falsch, das ist ja... So, 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 zack, so. So, ähm... Da mach ich mal eben eine Nische. Können wir nachher noch nach unten setzen und dann... Aber erstmal lassen wir die hier unten. Zack, zack. Ich habe hier oben mal eine Truhe hingesetzt. Das ist super duper. Und ich mach jetzt hier zwei Türen noch hin. Schwupp. Und schon haben wir... Da kommt noch ein Schild nachher oben drüber. Oder rechts, links. Ne, mal gucken wir mal gucken. Auf jeden Fall hat es... Noch eine Werkbank. Hast du... Monster da rein. Hast du noch Metal, also Eisenbarren? Nein, die habe ich... Ne, warte mal, die waren da drin zum Basteln. Doch, sechs Stück habe ich jetzt. Die wollte ich aber eh verpaschbuscheln in der neuen Pickaxe. Kannst du mir mal eine Axt, eine Axt machen bitte für mich? Dass ich Holz, ein bisschen Bäume wegkloppen kann draußen? Ich muss gucken. Das müsste theoretisch sogar reichen. Ich habe aber gerade kein Ding. Sie muss wiederherstellen. Sekunde, gib mir eine Minute. Du kannst ja eine Pickaxe, eine normale Axt machen, theoretisch. Sekunde, Sekunde, wir machen jetzt erstmal eins am anderen. So, eine Eisen-Pickaxe, das brauche ich. Ja, das reicht nicht mehr ganz. Ich kann dir... Oh, warte mal, doch. Du brauchst eine Eisen-Axt, richtig? Ja. Kriegst du. Hat genau gereicht. So, äh... Dafür kannst du mir mal den ganzen Cobblestone, den hast du mir mal eben auch hierhin schmeißen. Den Cobblestone, den Cobblestone, den Cobblestone, den Cobblestone, ich kann den Kies auch noch in den Kopf werfen. Pflaster, ja, Pflaster, Stein und Kies. Da ist der Kies. Cobblestone, noch mehr Cobblestone und noch mehr Cobblestone. Ist die Frage, wollen wir ordinären Cobblestone nehmen oder wollen wir direkt die schönen Klinker uns brennen? Die schönen, ja, lass uns die schön machen. Lass uns direkt, damit wir nicht immer nacharbeiten müssen. Ich hasse. Brauchst du noch Feuerstein? Ne, äh, Kohle braucht man dafür. Ne, ob du jetzt noch Dings bräuchtest, meinte ich. Was hat mich da eigentlich gerade angepfiffen? Warte mal, mein Handy. Ich habe Feuerstein alles hier reingelegt. Und falls man sich fragt, warum zum Geier ich nicht mit der Webcam aufnehme, ist ganz einfach. Die Webcam macht hier irgendwie Farbveränderung. Du hast ja gesagt, das war blaustichig, ne, derzeit. Ja, ich glaube, das ist einfach nur umgedreht, die Farben, das sieht ziemlich bescheuert aus. Deswegen werde ich jetzt Minecraft einfach ohne diese Dinger aufnehmen. So, und hier soll ich jetzt spiral-artig nach unten bauen, ja? Ja, so war mein Plan. Oh, äh, es wird gerade dunkel, vielleicht helfe ich dir doch noch ein bisschen weiter. Das ist, glaube ich, gar keine schlechte Idee. So, warte mal, jetzt machen wir die Fackeln hier, mal da hin. Meine Metal-Pick-Axe ist zwar gleich kaputt. Plup. Guck mal ganz kurz, immer so schön gegenüber. Bauen wir noch ein paar Fackeln. Erstens, eins, zwei, drei und eins, zwei, drei. Kommt die da hin, ha, so. Ähm, da wir hier runter müssten, muss ich dann, glaube ich, Gott, du zeigst mir einfach, wie du das meinst. Ich bin, glaube ich, zu doof dazu. So, warte mal, hier, äh, erstmal mal zumachen. Mal zumachen. Wobei, hm. Axt. Ich muss noch mal eine Steinspitz-Axt machen, ich habe nämlich kein Metall mehr. Also, ich habe noch eine, wie macht man denn Sachen kaputt? Da gibt es auch irgendeine Möglichkeit. Haben wir hier sowas in den Mülleimer? Kopf gegen Hohen? Ne, ne, ich meine wegen... Ich habe ja keine... Machst du mir bitte auch nochmal zwei aus Stein, weil ich habe keinen Stein, hast du ja jetzt. Ich kann der eine aus Stein machen, weil sonst habe ich nämlich kein Holz mehr, so. Kein Problem, sowas tun wir da hin. Hier ist Öl und Kohle, hast du ja reingetan, du erinnerst dich. Ähm. Faden tue ich da auch mal rein. Bein Pick-Axt schmeiß ich dir hier hin. So, das heißt... Merch-Di-Scheri. So, das ist eine Ersatzhacke. Ich muss mal überlegen, wie ich das überhaupt vorhatte. Ja, deswegen... Mal kloppen wir die Erde weg, weil die Erde ist doof. Aber die Erde, auf der leben wir doch. Die Erde wird völlig überbewertet. Machen wir mal eine Zweierbreite, dann fällt man auch nicht so schnell runter. Hm, also Zweierbreite, so eine Wendeltreppe. Mach du mal vor und ich gucke mir das an, du machst das dann nach. Eigentlich machst du nach. Also hier müssen wir runterkommen, wir fangen da... Ach so, über uns ist es quasi dann immer so... Ja, jetzt verstehe ich, was du meinst. Wir müssen jetzt quasi hier so nach links dann, ja? Ja. Also hier so. Genau. Und dann nochmal so. Das muss dann ein bisschen breiter werden. Hast du eigentlich Fackeln dabei? Ansonsten mache ich mal kurz welche. Ich bin gleich wieder da. Ja, 32 Stück. Ich habe nämlich keine Wichtigkeit im Herk. Jetzt weiß ich, was ich noch machen wollte. Habe ich noch Holz? Ja. Hey, du buddelst mal weiter. Ich bastel mal gerade was. Okay. Aber das machen wir auch alles schön weg hier. Für die schönen Zuschauer, die wissen genau, was ich hier bastel. Denn ohne das hier geht ja mal gar nicht. Da hat meine Bitzhacke die Grätsche gemacht. So, jetzt überlege ich gerade, warum ich das aus dem gemacht habe. Dementsprechend, naja. Bleibt erstmal so, bauen wir den nachher nochmal schön. Jetzt machen wir erstmal das hier so. Ist die Frage, lassen wir die Kern in der Mitte erstmal stehen, bauen den nachher ab oder machen wir den Kern in der Mitte direkt weg und haben so richtig schön eine doppelbreite Stufe und dann in der Mitte nichts, wo man richtig schön runtergucken kann und auch in den Tod fallen kann, wenn man nicht aufpasst. Wie du möchtest. Da bin ich frisch, fromm, fröhlich, frei und so. Ja, einer meiner Lieblingsfilme. Den kennst du sogar. Oh mein Gott. Heinz Rühmann. Frisch, fromm, fröhlich, frei. Hinein. So, jetzt haben wir nämlich hier. Kommt auch direkt vor den guten alten Schulmädchen-Report. Ach ja, genau, richtig. Ah, die alten Kamellen, ey, jetzt die Pickaxe auch kaputt, ey. Alles, was ich anfasse, geht kaputt. Das ist normal. Oh, ich muss nochmal kurz ein Treppchen bauen, weil sonst kommen wir nicht mehr hoch. Ja, scheiße. Ah, die guten Treppen baust du. Ja, ich baue schöne Treppen. Deswegen gehe ich jetzt hoch und hole nochmal Holzverschlag, weil das macht sich hier drin eigentlich richtig schön, muss ich sagen. Draußen ist es dunkel und dunkel, aber ich bin ja bewaffnet. Hallo, Zombie. Die Frage, Alternative wäre natürlich... Nein, es ist ein Creeper. Wird die Medien in die Luft gesprengt, ich sehe es doch schon kommen. Nein, es sind zwei Creeper. Es sind Löcher schon im Boden, musst du da reparieren. Drei Creeper. Da, fuck. Vielleicht solltest du einfach mal drunter bleiben. Okay, da wissen wir schon mal, wo der Keller hinkommt. Die ganze Scheiße. Aber XP. Wo war ich stehen geblieben? Was wollte ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Wer du bist? Wer bin ich überhaupt hierher gekommen? Du bist Bob, der Baumeister. Gnadlwarz, der Bauarbeiter. Wo bleibt denn der Knorker? Ich glaube, den musst du mal anstupsen. Mach du das mal, ich bin hier gerade beschäftigt. Ich auch. So, ein bisschen Holz haben wir schon mal wieder. Kleine Monster um mich rum oder so. Da hinten ist ein Gelatinius Cube. Ich werde noch einen Mod draufpacken für extra Monster im Übrigen dann. Welche denn? Ich weiß nicht, es gibt so eine große. Die Moe Creatures oder wie heißt die ganzen Viechern? Da sind aber auch wohl einige sehr nervige bei. Oh, der Zombie. In your head. In your head. So, jetzt ist der Zombie weg. Oh, jetzt ist das... Beste Mine ever. Oh, ich gebe mich aufs Auge. Ich habe zu viel Walking Dead gesehen und gelesen. Ich lese gerade, ähm, Metro. Ja, lesen. Das ist 2033. Lesen kann man es nicht nennen, das war ja Konzerncomic. The Walking Dead. Achso. Auf meiner Tablette. Ja, andererseits lieber Comics lesen als gar nicht lesen, ne? Muss man ja auch mal so sehen. The Walking Dead ist großartig. Ich habe auch angefangen mit Comics lesen, Mangas lesen und bin dann irgendwann zu Büchern übergegangen. So, nochmal. Okay, bei mir war es ein bisschen andersrum. Ich habe mit Büchern angefangen. So, mehr Holz. Holz, 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 Holz. Ups, Spinne. Wo, 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 da vorne. Lustig ist, angefangen richtig zu lesen, habe ich erst durch eine Empfehlung von einem Kumpel, den ich online getroffen, also die ich online kennengelernt habe. Das soll vorkommen. Ja. Das war zu der Zeit, wo ich mich mit MacWarrior und Battletech beschäftigt habe und er meinte, ja, da gibt es richtig geile Romane. Ja, das kommt mir bekannt vor. Was wollte ich jetzt machen? Ich wollte Fackel basteln. Entschuldigung. Und dann habe ich halt angefangen mit dem ersten dieser Romane und den habe ich innerhalb von ein paar Tagen, innerhalb von zwei Tagen verschlungen, glaube ich. Warte mal, wir machen aber noch mal Fackeln. Achso, jetzt, hab sie. Ich nehme mal so 32. Oh, cool ist. Kuhle, Kuhle. Ja, Eisen wäre aber auch nicht schlecht mal. So, dann brauche ich noch Holz. Klick, 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 klick. Holz, 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 Holz. So, und da ich ja gesagt habe, ich mache noch mehr von diesen Treppen, baue ich jetzt noch ein paar Treppen. So. Und so. Oh, schon Stufe 4, ey. Yay. Enchantment später. Dito. So. Wenn wir uns die dicken magischen Rüstungen bauen und so. Das kannst alles du für uns machen. Ich habe keine Ahnung davon. Was ist das hier? Schwarzpulver habe ich im Übrigen gefunden für Dynamit. Dazu müssen wir uns erstmal noch ein Dingsportal bauen. Und Enderperlen besorgen und so ein Scheiß. Ja, alles kein Problem. Wir sind Imba. Wir sind die Derpyoten. Wir schaffen alles. Apropos alles. Kleine Pause. Sie sind died 선�质. Wir sind die highlighte. throwing.